so denn ach so ein kleiner spotter macht ja nicht ins hemd so das rad ist ab und das rad ist auch ab und jetzt reagiere ich mich ja mal ein bisschen ab rum der typ nervt mich den hätte ich nicht von vorne nehmen dürfen und ich mach grad ziemlich auf mich aufmerksam der ist aber auch robust meine güte ja ja schon klar jetzt wird erst noch mal gesammelt hier da gibt es sechs schrott und vier schrott und ich will gerne mal den tank für dieses flammenrohr finden um das auch noch weg zu snipern wo ist er aussteigen hier gibt es noch anderen schrott fünf schrott und vier schrott so bitte einmal um das lager rundherum da hinten könnte auch noch irgend so eine molotov schleuder oder irgendwas ähnliches sein und einen wachschweier habe ich auch noch gar nicht gesehen oh da ist noch was snipern snipern und wo ist es denn da ist es und weg ich sehe leider nichts wo ist der tank für das flammenrohr irgendwo muss er sein irgendwo muss er sein ah da ist er ich sehe ihn und bumm die äußere verteidigung ist auch nicht weg muss ich dazu noch den turm umreißen das kann ich mal gerade noch machen was ist das für ein tor und weg da sind ein paar vögel sogar ein paar starke vögel ich mache euch aus der ferne weg vor allen dingen diesen hässlichen gelben da hinten der wirft wieder mit steinen steine schmeißer mag ich nicht klatsch gegen eure barrikade und du noch weg so das lager dürfte arg geschwächt sein was war das hier für einer keine ahnung wie die hießen war boy oder so ich habe keine ahnung der gelbe hier ach da ist noch einer ich habe dich doch wohl grad ausgeschaltet oder nicht huiuiui irgendwie bin ich gerade nicht in raufstimmung also ich bin es schon aber die leistung ist doch ein wenig überschaubar die ich abliefere muss besser werden hier gibt es benzin was gibt es nicht überhaupt alles ein relikt drei insignien sechsmal schrott in dem kleinen lager das wird wieder gut versteckt sein was ist das hier auftreten hier geht es nur rauf da ist eine insignie die sehe ich und einmal schrott schrott nummer eins elf stück hier war der tank für das flammenrohr und hier gibt es auch wasser das ist gut oh die muss ich glaube ich wegschießen bitte mal nachtanken und da lohnt sich bonuswasser wieder ganz beträchtlich schluck wasser so was ist das eine brücke eine brücke wohin boah ey du trittst mich die dreht mich alle schnauze hier geht es ja ab und dann achtmal schrott und sechsmal schrott und hier geht es weiter sehr schön viermal schrott tja jungs da liegt er jetzt wie geht es denn hier weiter in diesem lager eigentlich ist das doch ziemlich klein hier gibt es eine waffe nutzt die mir noch was da oben ist die pumpe glaube ich die muss weg hier bitte einmal rauf hallo ist hier einer nee puh ich wollte gerade sagen ich finde hier kaum noch was aber hier ist schrott nummer zwei 15 stück licht was ist das auftreten schrott nummer drei 12 und auch 240 aus verbündeten lagern hier eine sniper gewehr kugel sind da unten welche ich traue solchen Frieden ja immer nicht schrott nummer vier elf stück oh da ist noch einer tatsächlich oh das tat weh sieben schrott hatte der dabei da ist noch mal wasser das ist schön ist das verwinkelt wo bin ich da hilft dir deine gelbe farbe auch nicht kleiner oh hier ist das nächste mal schrott schrott nummer fünf 15 stück und ich wüte hier durch ach hier geht es bestimmt zu der pumpe hoch das ist meine theorie genau da ist die ölpumpe und was ist das hier war hier oben schon ich bin mir nicht sicher ob ich hier schon war tendenziell würde ich sagen nee ich war hier noch nicht na gut dann wird jetzt die pumpe weggemacht nichts einfacher als das irgendwo habe ich ja einen kanister gesehen hier und dann bitte hier anzünden und weg 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 wumm ölpumpenlager schwarzer sand zerstört ein relikt fehlt mir noch zwei insignien und einmal schrott und die bedrohung verringert sich ein bisschen da ist nichts mehr da unten waren noch zwei türen die ich mit dem brecheisen aufmachen musste da wird noch was dahinter sein wenn ich die wieder finde ach wo kam ich denn her das sieht alles gleich aus hier unten nee ich kam aus der anderen richtung ich glaube hier lang genau hier gibt es noch wasser so viel zeit muss sein da wird die pulle wieder voll und dann hier aufhebeln bitte und hier finde ich das letzte mal schrott zwölf stück und das relikt das ist ein foto von einem erwachsenen und einem kind an einem steinigen strand ich glaube das bist du in dem bild schwesterlein ach und danke dass du mein erbe gestohlen hast ja mag schon sein ich bin gespannt was hinter diesem türchen ist oh nee hätte ich die tür mal lieber zugelassen das ist ja ekelhaft mal wieder boah die armen Schweine nein ich werde hier nichts essen oh da ist eine Insignie das ist aber auch fies zwei von drei eine fehlt noch ich musste auf zwei Insignien bisher schießen wenn ich mich recht erinnere das heißt es könnte durchaus mal eine Insignie geben die ich einfach so kaputt machen kann aber die muss ich auch erstmal finden wieder raus die letzte Insignie ist das letzte was mir noch fehlt hier war ich ja drin genau hier bin ich reingelaufen richtig dann geht es hier wieder raus und ich mache das wie immer ich werde mich jetzt auf die Suche nach der letzten Insignie machen nein mache ich nicht weil ich habe sie gerade gesehen da oben man muss dreimal schießen unglaublich oh da gab es sogar eine Legende schwarzer Sand abgeschlossen und ich bräuchte dringend mal so ein bisschen Munition hier gibt es jetzt nichts mehr für mich zu tun wie komme ich denn da wieder zurück zum Auto ah hier ging das ich erinnere mich das schlauste wäre ich würde jetzt dahin zurückfahren wo ich gerade dieses goldene Auto gefunden habe denn dort hatte ich ja drei Munitionskisten liegen lassen weil ich die da nicht aufnehmen konnte aber jetzt kann ich alles gebrauchen Snipergewehrkugeln Schrotkugeln ein Messer ich kann alles gebrauchen was ich in solchen Kisten finde zack runter deswegen kurzer Blick auf die Karte dieses Suchgebiet war in Drygusty das war hier ich fahre jetzt hier mal hin um meine Munition wieder aufzufüllen und danach mache ich mich hier an dieses Suchgebiet und den Weg hier hin zum Auffüllen der Munition und den Weg dahin den überspringe ich mal im Video und da bin ich wieder Planänderung denn ich habe gerade ein bisschen Straßenkampf gehabt Autokampf viel mehr und habe hier einen Kabumbug erobert der fehlt mir noch an meiner Sammlung Schnellreparatur 50 Schrott okay und den werde ich jetzt in G-Testung fahren und dann erledigt sich das Munitionsproblem sowieso von alleine denke ich mal und tatsächlich Munition alles wieder voll und jetzt geht es wie angekündigt hier zu diesem Suchgebiet da oben ist das Suchgebiet und hier ist noch nicht mal einer der Ärger haben möchte oder irgendwer hat gerade geschrien pass auf ein Guest Towner aber wer war das ich sehe hier keinen da ist Schrott da ist Schrott hier lang Schrott Nummer eins von drei oh das ist wieder tief und schmutzig räumt hier mal auf Jungs oh 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 hier sind viele oh ich stehe ungünstig ich stehe ich oh das ist wieder so ein schneller Tja nicht schnell genug das ist sehr groß hier unten Schluck trinken dadurch dadurch dass ich jetzt so viele Lebenspunkte habe muss ich viel mehr Wasser trinken um die aufzufüllen denn die Wasserflasche wird ja nicht größer und hier finde ich das nächste Mal Schrott 18 Stück was war das keine Ahnung Schrott 12 Stück Suchbereich 100% mehr gab es hier nicht was ist das denn hier für ein Gang bin ich hierher gekommen nee hier bin ich nicht hergekommen ach noch einer ohne Fahrschein ja so einfach geht das da unten sind Wanderer ich werde mal mein Wasser teilen hoffentlich trinkt die nicht alles weg aber nicht alles bitte na komm schon trau dich danke gib mir oh der nächste Stufenaufstieg sehr schön jeden Tag eine gute Tat so ich brauche Wasser sehr schön da gibt es ein Suchgebiet mit Wasser da fahre ich jetzt hin ach ich könnte es mal markieren da gab es noch Maden ach egal da vorne irgendwo wahrscheinlich da an diesem Brückenpfeiler oder was auch immer das mal gewesen ist was ist das für eine kleine Mistkarre hey wieso kriege ich die nicht kaputt und noch einmal und dann war es das mit dir und plündern und plündern ich bin gerade im Sammelmodus 5 und 6 einsteigen geradeaus ist das nächste Suchgebiet ich brauche Wasser dringend komischer Ort das stimmt das ist ein Flugzeug das oh 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 man hör auf hier ist noch irgendwo einer nur wo hä ich sehe ihn nicht einsteigen da oben ist ein Sniper und ich sehe ihn nicht da oh da ist ja noch einer waren das jetzt alle nee das waren jetzt 4 Sniper wow meine Lebenspunkte Hilfe aussteigen aussteigen trink mal so ein bisschen wenigstens jetzt muss ich mich aber wirklich vorsehen die haben es mir ganz schön gegeben aber sie sind weg 4 Sniper und ich brauche ganz dringend Wasser aber ganz dringend Nahrung wäre auch okay die haben aus einem Flugzeug hier was zusammengebaut ich frage mich wie die das übereinander bekommen haben hm was gibt es denn hier überhaupt ein Relikt zweimal Schrott ein bisschen wenig für so eine große Struktur ah hier gibt es was zwei Sniper Gewehrkugeln das waren vier Sniper meine Güte ich höre das ist das waren nicht vier das waren fünf Mist ah Hilfe wenn der mich erwischt dann war es das mit Max zwei Schrott nein 19 Schrott ja hier komme ich ja nicht hin wo bist du wo bist du fünf Sniper zwei Sniper Gewehrkugeln und was ist das hier eine Brücke oh was für ein Kollateralschaden hier finde ich nichts was ich aufnehmen kann hier zwei Sniper Gewehrkugeln und Wasser bitte lass es voll sein ja der Konvoi ist mir gerade völlig wurscht dann kann ich jetzt ein bisschen was trinken sowas passiert einem natürlich immer kurz nachdem man irgendeinem Wanderer sein eigenes Wasser angedreht hat sowas passiert einem nie mit voller Feldflasche also dass man hier in so ein Suchgebiet rein stolpert in dem sich fünf ich wiederhole fünf Sniper verstecken so jetzt geht's aber wieder was ist hier noch ich bin gespannt da ist der letzte Schrott Sniper Gewehrkugeln und Schrott jawohl das Relikt fehlt noch das ist bestimmt ganz oben das ist eine Seilrutsche die führt nach unten an dieser Seilrutsche hängen doch diese ganzen komischen Leichen wenn ich mich da jetzt dran hänge dann dotze ich doch voll gegen diese Körper ach es geht doch weiter nach oben hm ah hier ist das Relikt das ist ein Bild von einem Waffenregal so ein ähnliches Bild hab ich schon mal gefunden dude we are running out of options here I want you to get a gun you better pull the mover vial was auch immer man or you'll end up paying big bucks for a bunch of rust and dust kumpel uns gehen bald die optionen aus wenn du dir eine schusswaffe zulegen willst solltest du dich beeilen man sonst wirst du eine menge kohle für eine ansammlung von rost und staub zahlen meck sagt nichts dazu such bereich 100 prozent jawohl ja dann geht's runter und ich werde diese seilrutsche benutzen auch wenn ich der meinung bin dass ich da jetzt voll gegen die ganzen hängenden leichen da schlage tatsächlich was ist das das war noch überreste die habe ich hier also der liegt dieser körper das ist ja ekelhaft eine sehr sehr seltsame struktur ist das hier aber hier schon eigentlich wieso habe ich denn diese leiter da von oben nicht runter gehauen kann mir das mal jemand erklären moment das muss ich jetzt schon herausfinden da drüben ist eine leiter ach doch hier war ich ja schon genau da drüben ist eine leiter da drüben da drüben